Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Gründer von Brainwave und der Komponist bei Brainwave 3D und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du mehr Dankbarkeit in dein Leben integrieren kannst. Und dazu habe ich etwas ganz, ganz Neues und etwas ganz Spannendes und Revolutionierendes entwickelt und zwar Quantensuggestionen gekoppelt mit Quantenmeditationen. Und ich habe dafür etwas ganz, ganz Spezielles entwickelt und zwar die Quantum Gratitude Meditation, also eine Dankbarkeitsmeditation, die nur 12 Minuten dauert und die das komplette Paket der Integration der Dankbarkeit in dein Leben und in dein Unterbewusstsein integriert. Und es gibt sehr, sehr viele Studien, die haben einfach gezeigt, Menschen, die glücklich sind, die die jeweiligen Glückshormone in sich tragen, sind Menschen, die regelmäßig sozusagen dankbarer sind in ihrem Leben. Und eine hohe Dankbarkeit führt zu einem hohen Hormonausstoß der Glücksgefühle und zu einem passiv guten Bewusstseinszustand. Das heißt, wenn du dir etwas Gutes in deinem Leben tun möchtest, dann höre so oft als möglich, idealerweise in deiner Morgenrotation, deswegen habe ich sie auch nur auf 12 Minuten komprimiert, die Morgendankbarkeitsmeditation. Und das ist eine Mischung zwischen einer Meditation, einem Gebet, einem tiefen Trance in Kombination mit Quantensuggestionen. Am Anfang geht es darum, dass du dich entspannst, in die Trance hineinkommst, dass du dich auf deinen Atem fokussierst und dann geht es darum, dass du dich verbindest mit so einem goldenen, warmen Licht und mit Liebe und Geborgenheit eingehüllt wirst. Und dann gehen wir in die Tiefe und ich werde da mal ein paar Beispiele sagen, wie die Quantensuggestionen aufgebaut sind. Die sind nämlich nicht so, wie ihr es sonst kennt von mir, sondern die sind ein bisschen länger und ein bisschen mehr in eine Art Geschichte integriert. Und zwar, so wie die Sonne jeden Morgen aufgeht und die Welt mit ihrem Licht und ihrer Wärme erfüllt, so erfüllt auch die Liebe, die ich bin, mein Leben und die Liebe der Menschen um mich herum. Jeden Tag erlebe ich mehr und mehr Liebe, Dankbarkeit und Wunder des Lebens. Du kennst vielleicht meine Morning- und Night-Meditation, da gibt es ein Dankbarkeitsgebet und das ist die Grundlage für diese Quantensuggestion. Also ich habe da dieses Gebet versucht einzubetten in diese Meditation und daraus eine Quantensuggestion zu machen. Das heißt, auf der einen Seite, als nächstes Beispiel, so wie ein kraftvoller majestätischer Baum, dessen Wurzeln tief in die Erde reichen und dessen Äste hoch in den Himmel wachsen, so ist auch mein Körper perfekt in dieser Realität angepasst und seine Vitalität und Gesundheit nehmen von Tag zu Tag immer mehr und mehr zu. Mit dieser Dankbarkeit und Bewusstsein erkenne ich die Wunder meines Körpers, der mich durch die Welt führt. Das Ganze basiert auf Dankbarkeit in Kombination mit dem Thema Dankbarkeit selbst, mit dem Thema Immunsystem, Gesundheit, Vitalität. Das nächste ist wie ein mächtiger Fluss, der unaufhaltsam durch das Land fließt und alles um ihn herum mit Leben und Energie versorgt. So fließt auch der Strom des Reichtums und der Fülle durch mein Leben. Jeden Tag ziehe ich mehr und mehr finanzielle Möglichkeiten an und mein Leben ist erfüllt von Wohlstand und Überfluss. Ich bin zutiefst dankbar für die Reichtümer, die zu mir und durch mich fließen und ich teile großzügig meine Fülle mit anderen. Und so geht das Ganze in verschiedenen Lebensbereiche, die man einfach in zwölf Minuten sich in der Früh und am Abend geben kann, damit man diese Lebensthemen von finanzieller Freiheit, Gesundheit, Dankbarkeit und so weiter einfach in sein Leben integriert. Das nächste ist, so wie der Himmel unendliche Sterne und Galaxien enthält, die darauf warten, entdeckt zu werden, so ist auch mein Leben ein unermessliches Abenteuer voller Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Jeden Tag öffnen sich neue Türen und ich werde von der Fülle und Schanzen und Begegnungen beschenkt. Ich bin dankbar für die endlosen Möglichkeiten, die mir das Universum bietet und ich freue mich darauf, sie von Tag zu Tag immer mehr und mehr zu erforschen und zu erleben. Und Quantensuggestionen haben diesen Aspekt, dass sie zuerst eine Metapher nehmen, die Bilder und Emotionen erzeugt, die das Gehirn als unausweichliche Wahrheit annimmt, wie zum Beispiel wie ein mächtiger Fluss, der unaufhaltsam durch das Land fließt, oder wie ein kraftvoller Baum, der majestätisch dessen Wurkel tief in die Erd reichen oder so wie der Himmel unendliche Sterne und Galaxien enthält. Diese Metapher wird angenommen als Grundwahrheit. Und dann kommt die Quantensuggestion, das ist die Programmierung im Unterbewusstsein, die dann sagt, und so fließt der Strom des Reichtums und der Fülle durch mein Leben. Und dann kommt die Verbesserung, Verstärkung, die das Ego umgeht. Und zwar, jeden Tag ziehe ich immer mehr und mehr finanzielle Möglichkeiten an und mein Leben ist erfüllt von Wohlstand und Überfluss. Das heißt, dieses mehr und mehr, also statt zu sagen, ich bin gesund, sagt man, ich werde von Tag zu Tag immer gesünder und gesünder und mein Immunsystem verbessert sich mit jeder Minute immer mehr und mehr. Das heißt, das Ego weiß nicht, was in der Zukunft passiert und dementsprechend kann das Ego mit dieser Aussage nichts anfangen und das wird direkt programmiert. Und durch die Metapher, die davor als Bild und Emotion gekoppelt ist, wird das direkt angedockt an diese Grundwahrheit, die im Gehirn verankert ist und gespeichert und entfaltet dementsprechend dann ihre Wirkung. Und am Schluss kommt man dann noch in die Dankbarkeit für genau diese Aussage. Das nächste ist, so wie ein prachtvoller Garten, der in voller Blüte steht und den harmonischen Klängen der Natur umgeben ist. So ist auch mein Leben erfüllt von voller Schönheit, Harmonie, Frieden und Ruhe. Ich genieße jeden Moment des Lachens, der Freude, die in meinem Herzen aufblühen und ich spüre, wie diese wunderbaren Emotionen mich von Tag zu Tag immer mehr und mehr erfüllen. Ich bin dankbar für die Fülle und Glück und Gelassenheit, die mir das Universum schenkt und die ich in meinem Leben manifestiere. Und dann gibt es noch zwei andere Quantensuggestionen, die werde ich dir jetzt aber nicht vorlesen, lass dich einfach überraschen, die in dieser Richtung gehen. Und wenn das Ganze dann zu Ende ist, dann kommt noch eine Art Nachmeditation, die das Ganze nochmal tief verankert. Und zwar sage ich da, atme nochmal tief ein, spüre die Dankbarkeit in jeder Zelle deines Körpers und lasse diese Energie in den heutigen Tag strömen. Und dann stell dir ein warmes, goldenes Licht vor, was dich umhüllt mit Liebe und Freude und Frieden. Und während du, das du in dieser Meditation gespürt hast und sich auf dich ausdehnt und auf alle Menschen und Lebewesen ausdehnt und wie du diese Energie der Freude, der Liebe, der Dankbarkeit überträgst auf die Welt und alles heißt und transformierst. Schlussendlich tust du das für dein Unterbewusstsein. Und dann kommt die nächste Phase, wo du deinen Segen aussprichst. Und zwar mögen alle Wesen glücklich und frei von Leid sein, möge die Welt in Frieden und Harmonie leben, möge die Liebe, die ich in mir trage, sich ausbreiten und das Herz jeden Einzelnen berühren. Und dann geht es darum, dann kommt die Verankerung. Nimm dir vor, achtsamer und präsenter in deinem Alltag zu sein und die vielen kleinen Wunder und die Freuden des Lebens zu erkennen und Wert zu schätzen. Stell dir jetzt die Absicht, die Liebe und die Dankbarkeit dieser Meditation durch freundliche Worte, liebevolle Gesten oder einfach durch deine offene, liebevolle Präsenz heute in die Welt zu tragen. Und dann schließt du die Meditation mit einem Dankbarkeitsgebeten und zwar danke für die wundervolle Meditation und die Möglichkeit meiner Dankbarkeit, Frieden und Freude zu vertiefen, möge ich diese Energie in jedem Moment meines Lebens bewahren und teilen. Und dann Abschluss ist, lass die Energie, die Meditation langsam nachlassen, komm wieder zurück zu deinem Körper und zu deinem Alltag, öffne deine Augen und nimm die Umgebung wahr, wie dein Zustand war, wie du erfüllt bist, voller Liebe, Dankbarkeit und Freude. Und diese Meditation dauert nur zwölf Minuten und ich empfehle dir, die jeden Tag in der Früh und am Abend zu hören, um einfach in sieben bis 21 Tagen deinen Glückszustand, deine Glückshormone, die deinen Zustand beeinflussen, deine Reaktionen beeinflussen und schlussendlich auf Quantenebene deine Realität beeinflussen, einfach auf ein ganz anderes Level zu heben. Es ist eine meiner Lieblingsmeditationen und das ist die, die ich von Tag zu Tag höre in der Früh, weil es einfach einen unglaublichen Effekt hat, den Tag mit so etwas zu beginnen. Denn wir wissen dasselbe, wir stehen in der Früh auf und der Tag basiert auf unserem Domino-Effekt. Das heißt, den ersten Domino-Stein, den wir abwerfen, der geht dann in diese Richtung. Das heißt, wenn du in der Früh aufstehst und mal dein Handy in die Hand nimmst und mal durch deine Social Media scrollst und so weiter oder in eine schlechte Nachricht empfangen hast und dich dann schlecht fühlst, dann geht dein Grundzustand in der Früh in dieser Schwingung und dann basiert dein ganzer Tag darauf. Wenn du aber deinen Tag damit beginnst, mit dieser Meditation, die nur zwölf Minuten dauert, dann wirst du mal von Haus aus deine Schwingung erhöhen und alles, was heute kommt, wirst du mit dem Filter der Dankbarkeit und des Friedens und der Freude betrachten. Und am Abend wirst du in einer höheren Schwingung sein und du hast dann jeden Tag fortsetzt. Dann erhöhst du von Tag zu Tag deine Grundschwingung und deine Dankbarkeit, deine Glückshormone und du wirst merken, nach nur drei Wochen, wie du ein anderer Mensch bist. Und das kannst du damit erleben. Und das ist ein unglaubliches Geschenk und ich empfehle es dir wirklich, dich das jeden Tag anzuhören, vielleicht abzuwechseln mit der Morning Meditation, Night Meditation oder noch mit zu integrieren. Also die Morning Meditation zu hören und das dann im Anschluss zu hören, das ist dann der Booster schlechthin. Du kannst diese Meditation kostenlos hören in unserer Brainwave 3D App. Einfach dann reingehen und dann in die Kategorie Selbstprogrammierung, Selbstfürsorge und dort findest du die Quantum Gratitude Meditation. Ich wünsche dir viel Freude damit und ich freue mich wirklich sehr von dir in den Kommentaren und in der Rezension zu lesen, was sie mit dir gemacht hat. Also da kann ich es kaum erwarten, von dir Feedback einzubekommen und wünsche dir damit alles, alles Gute, viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video wieder.